Ich bin in der Lage, meine Gefühle in eine positive Richtung zu lenken. Ich bin in der Lage, meine Gefühle in eine positive Richtung zu lenken. Ich glaube an meine Fähigkeit, Widerstände zu überwinden. Ich bin bereit, mich von der Vergangenheit zu lösen und nach vorne zu schauen. Ich kann meinen Ängsten mit Zuversicht begegnen. Ich kann meinen Ängsten mit Zuversicht begegnen. Ich bin die Schöpferin meiner eigenen Wirklichkeit und Zukunft. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bin die Schöpferin der Schöpferin der Schöpferin. Ich bin der Schöpferin der Schöpferin. Ich bin die Schule für die Schöpferin der Schöpferin der Schöpferin.